So, hallo, ich möchte noch einmal ganz kurz über effiziente Algorithmen und Reduktionen sprechen. Ein langer Titel für ein sehr kurzes Video. Wir hatten ja zuletzt über Effizienz gesprochen in der Komplexitätstheorie und gesehen, da gibt es verschiedene Klassen, die sich ganz gut eignen, um das zu beschreiben, nämlich Polynomielle Zeit, P-Time und logarithmischer Speicher, Logspace, sind da typische Ansätze. Und ich wollte darauf noch einmal ganz kurz zurückkommen, um Ihnen noch ein paar Dinge zu erzählen, die in dem Zusammenhang ganz interessant und von Bedeutung sind und natürlich auch als Wiederholung. Wir hatten gesagt, beide dieser Klassen können als Modelle für Effizienz in einem gewissen Sinne herhalten. P-Time selbst ist die erste, kleinste, robuste Verallgemeinerung, in diesem Sinne die lineare Zeit enthält. Und das ist ja etwas, was wir häufig als das ansehen, was als effizient gilt in der Informatik. Aber wir brauchen eben diese Robustheit, damit wir von Maschinendetails zum Beispiel unabhängig sind. Und Logspace ist eine typische, nicht die einzige, bei weitem nicht die einzige, aber eine typische, höchstwahrscheinlich subpolynomielle Klasse. Also eine Klasse, die nicht so stark ist wie die Klasse der polynomiell lösbaren Probleme. Auch wenn es in der Praxis sehr große und wichtige Überschneidungen zwischen den beiden gibt. Es gibt viele typische Logspace-Probleme, für die die besten Algorithmen, die wir kennen, zum Beispiel quadratisch sind. Also es ist nicht mal so, dass die alle zwangsläufig linear sein müssen. Das heißt, in der Praxis führt Logspace häufig auch zu einer polynomiellen Laufzeit. Der Unterschied in der Praxis ist, dass man häufig viel bessere Parallelisierungsergebnisse erzielen kann mit Logspace. Also Logspace lässt sich besser auf größere Mengen an Rechnern übertragen. Also ein bisschen Parallelisieren schafft man auch bei P-Time meistens in der Praxis. Aber wenn es darum geht, Tausende von CPUs zum Beispiel auszulassen, dann hat man mit P-Time schlechte Karten und Logspace eignet sich darauf viel besser. Eine wichtige Anwendung für sehr effiziente Algorithmen, die wir auch schon kennengelernt hatten beim letzten Mal, waren nun Reduktionen. Das heißt, Funktionen, die ein Problem mit wenig Aufwand eben effizient auf ein anderes zurückführen sollen. Und das ist etwas sehr Wichtiges in der Komplexitätstheorie, das kommt immer wieder vor. Und deshalb haben wir das gleich am Anfang hier besprochen. Die typische Reduktion, die man vielleicht am häufigsten in Lehrbüchern auch findet, ist die polynomielle Reduktion, Many-One-Reduktion, wenn man genau ist, die wir auch mit einer speziellen Notation hier versehen haben, so ein kleiner Gleichzeichen p, was uns auch andeuten soll, dass irgendwie das Problem, wenn man ein Problem auf ein anderes reduziert, dass es dann auch eine gewisse Beziehung zwischen denen darstellt. Mit kleiner Gleich ist das ganz gut intuitiv ausgedrückt, denn wenn ich ein Problem lösen kann, indem ich es auf ein anderes reduziere, dann heißt das in der Regel, dass das Problem, was ich reduziert habe, von dem ich reduziere, irgendwie in einem gewissen Sinne leichter ist als das andere oder zumindest höchstens genauso schwer. Kleiner Gleich eben. Okay, man kann das Ganze auch mit Logspace machen, man kann Logspace-Reduktionen definieren, das ist ein bisschen technischer, hatte ich schon erwähnt, weil man aufpassen muss, dass man bei so wenig Arbeitsspeicher noch genügend Speicher hat, um die Ausgabe überhaupt auszugeben. Das lässt sich aber mit einigen Bändern in der Turing-Maschine auch gut lösen. Auf diese Art kann man das also definieren und tatsächlich könnte man so ziemlich die gesamte Komplexitätstheorie, die ich hier mit polynomiellen Reduktionen mache, auch genauso gut mit Logspace-Reduktionen machen und es würde alles, was ich behaupte, dennoch funktionieren. Es ist nicht klar, ob es irgendwo Unterschiede gibt, weil es eben auch tatsächlich nicht klar ist, ob Logspace und P-Time sich wirklich unterscheiden. Also das müsste man erstmal beweisen und das wäre schon ein Riesendurchbruch. Gut, soviel also zu dem, was wir zuletzt gesagt hatten. Und jetzt wollte ich, wie gesagt, noch ein paar kurze Bemerkungen machen. Zunächst einmal die wichtige Bemerkung, die ich bisher nur so angedeutet hatte, nämlich, warum sollte Reduktion effizient möglich sein? Warum wollen wir, dass Reduktionen wenig Aufwand im Sinne des Berechnungsaufwandes verbrauchen? Ja, wieso ist das wichtig? Naja, die Grundidee hier steht auf der Folie, eine aufwendige Reduktion kann jedes Problem indirekt schon lösen. Aber dadurch lernt man nichts Interessantes über dessen Komplexität. Ja, also wenn ich eine Reduktion habe, die schon so stark ist, dass ich das Problem selbst lösen kann, dann kann ich direkt auf die Antwort reduzieren, anstatt auf eine interessante neue Probleminstanz, die ich anschließend erst lösen würde. Und das sieht man im Extremfall, wenn man die Reduktion stärker macht, also viel größere Reduktionen betrachtet, zum Beispiel eine beliebige Many-One-Reduktion, die nicht polynomiell beschränkt ist. Dann findet man nämlich das Satz, wenn L eine Sprache mit nur einem einzigen Wort ist, die enthält nur das Wort A, über dem Alphabet mit dem einen Buchstaben A, dann kann ich schon für diese einfache Sprache L jegliches entscheidbare Problem P, Many-One, auf L reduzieren. Also falls P entscheidbar ist, dann gibt es eine Many-One-Reduktion von P zu L. Also alle entscheidbaren Probleme können auf diese ganz einfache Sprache mit nur einem einzigen Wort zurückgeführt werden. Und es ist ganz offensichtlich so, dass das nichts über die relative Schwierigkeit der Probleme sagt, außer wenn ich mich auf die Entscheidbarkeit selbst beziehe. Denn das Wort Problem für diese Sprache L ist natürlich sehr einfach zu entscheiden. Ich prüfe einfach, ob A die Eingabe ist und nur in diesem Fall ist die Antwort Ja. Während für ein beliebiges entscheidbares Problem P natürlich das Wort Problem viel komplexer sein könnte. Es könnte sein, es dauert mehrfach exponentiell. Und trotzdem ist es möglich, jedes entscheidbare Problem auf diese sehr einfache Sprache zu reduzieren. Eben deshalb, weil die Reduktion selbst schon die ganze Arbeit übernehmen kann. Dadurch geht also gewisserweise Schwierigkeit verloren auf dem Weg der Reduktion. Und wir können die Many-One-Reduktion ohne Einschränkungen nicht mehr benutzen, um interessante Vergleiche zwischen der Schwierigkeit zweier Probleme anzustellen. Okay, warum das so ist, das lässt sich sehr leicht zeigen. Der Beweis braucht nur wenige Zeilen. Die Reduktion ist ganz einfach so. Wenn wir ein Wort W gegeben haben, das in der Sprache P liegt, dann definieren wir F von W als A. Dazu muss diese Reduktion F natürlich prüfen, ob das Wort in der Sprache liegt. Das heißt, die Reduktion selbst löst das Problem und entscheidet dann daraufhin, was die Ausgabe ist. In dem Fall das Wort A. Und tatsächlich ist das korrekt, denn ich muss ja nur sicherstellen, dass die Reduktion den Status des Wortes bezüglich des Enthaltenseins in der Sprache erhält. W war in P, also muss ich ein Wort ausgeben, was auch in L ist. Und das ist in dem Fall das eine Wort A, was dort vorhanden ist. Andernfalls, wenn das Wort ursprünglich nicht in P war, dann geben wir einfach irgendetwas anderes aus, wie zum Beispiel zwei As als Wort, was nicht in L liegt und damit den gleichen Status hat wie W bezüglich P. Okay, das ist also eine gültige Reduktion. Und wie gesagt, der ganze Rechenaufwand passiert beim Reduzieren, nicht beim Lösen von L nach der Reduktion. Auch die innere Struktur von W geht natürlich völlig verloren, egal wie W aussah. Ich bekomme immer nur A oder 2A als Ergebnis. Ich weiß im Anschluss nichts mehr darüber, was eigentlich das ursprüngliche Problem war. Und das ist natürlich etwas, was man nicht unbedingt möchte. Interessante Reduktionen, und das wird bei den polynomiellen Reduktionen, die wir betrachten, immer so sein, die erhalten etwas von der Struktur, die kodieren das Problem neu in einem neuen Gewand und bringen uns dadurch eine Beziehung zwischen zwei verschieden definierten Problemen nah. Und das erklärt natürlich auch immer was. Das ist nicht nur eine reine mathematische Definition, sondern man sieht auch, aha, wenn die Eingabe zu dem Problem so und so aussieht, dann trägt sie in sich eine bestimmte Schwierigkeit, dann kodiert sie ein anderes Problem, was vielleicht auch sehr schwer zu lösen ist. Und das kann uns manchmal dabei helfen, auch zu verstehen, welche Instanzen eines gegebenen Problems, auf das wir reduzieren, schwer sind. Wie sieht so eine Instanz dann typischerweise aus, die ich für die Reduktion brauche? Und im Umkehrschluss, wenn ich praktisch herandenke, vielleicht, wie kann ich mein Problem, auf das ich reduziere, vereinfachen, indem ich bestimmte Instanzen verbiete? Könnte das dazu beitragen, dass es nicht mehr so schwer ist, dass man nicht mehr so viel darauf reduzieren kann? Also diese Dinge wollen wir normalerweise machen, und deshalb brauchen wir Reduktionen, die in irgendeiner Weise die Struktur erhalten und nicht gleich das ganze Problem lösen. Okay, diese Bemerkung, also wichtig zu verstehen. Eine zweite kleine Bemerkung möchte ich auch noch zum Abschluss hier hinterher bringen, und zwar, dass natürlich Effizienz selbst auch nicht unbedingt heißt, dass etwas praktisch ist. Denn praktikabel zu sein, heißt ja in erster Linie, dass wir es effizient und gut implementieren können. Und tatsächlich gibt es Fälle, in denen wir wissen, dass es einen effizienten Algorithmus gibt, aber diesen trotzdem in der Praxis nicht nutzen können. Weil wir ihn zum Beispiel nicht implementieren können, weil wir nicht wissen, wie genau er aussieht typischerweise. Und in manchen Fällen natürlich auch, weil er vielleicht nur auf dem Papier effizient ist. Das ist aber ein anderes Problem. Was ich hier andeuten möchte, ist insbesondere, dass es manche ganz einfache, also aus theoretischer Sicht ganz einfache Sprachen gibt, die trotzdem praktisch nicht gelöst werden oder erkannt werden können, weil uns ein Teil des Wissens fehlt, was dazu nötig wäre. Und das drückt dieser Satz hier aus. Jede endliche Sprache kann in konstanter Zeit, deterministische Zeit von der konstanten Funktion 1, erkannt werden und liegt daher insbesondere in P-Time und Logspace. Also es ist noch viel, viel kleinere Klasse, die Time 1 als P-Time oder Logspace es wäre. Ja, also endliche Sprachen sind trivial. Das kennen wir schon aus den formalen Sprachen. Das war immer so. Die endlichen Sprachen sind besonders langweilig. Aber trotzdem gibt es endliche Sprachen, die uns in der Praxis interessieren könnten und die wir vielleicht gerne entscheiden würden und für die wir uns freuen würden, einen Algorithmus zu haben. Aber dieses Ergebnis selbst sagt noch nicht, dass es so einen Algorithmus für uns gibt. Beispiel sei L die Sprache, die alle wahren Aussagen aus der folgenden Menge enthält. Erste Aussage, P ist gleich NP. Also die Komplexitätsklassen sind gleich P und NP. Zweite Aussage, P ist ungleich NP. Die beiden sind verschieden. Das ist eine mathematisch klare Definition. Sie bezieht sich also, was hier wahr ist, bezieht sich auf den mathematischen Wahrheitsgehalt dieser Behauptungen. Der ist auch klar definiert. Das heißt, die Teilmenge dieser Sprache L, dieser Menge L hier, dieser Menge von Aussagen hier, die letztlich die Sprache L ausmacht, sollte ich sagen, die ist klar mathematisch definiert. Das ist eine endliche Sprache, denn sie enthält höchstwahrscheinlich nur ein, genau ein Element, nicht wahr? Und damit ist es eine triviale Sprache, die ich also in konstanter Zeit entscheiden kann. Trotzdem ist das allein noch nicht genug, um sie praktisch berechnen zu können. Also was wir hier sehen, ist offensichtlich gibt es einen Algorithmus, aber wir können nicht wissen, welcher das ist. Also für jeden möglichen Fall, für jede Teilmenge dieser beiden, können Sie leicht einen Algorithmus finden, der das Richtige tut. Und der wird in konstanter Zeit das schaffen, egal wie die Eingabe aussieht. Aber wir wissen nicht, welcher der Richtige ist. Und deshalb können wir das Problem trotzdem nicht lösen. Sowas ähnliches hatte ich Ihnen schon mal gezeigt mit unserer Sprache LP7, die also die Zeichenketten von 7 innerhalb von Pi analysieren sollte. Und auch da war es also so, dass wir nicht wussten, was der Algorithmus ist, obwohl wir wussten, dass der Algorithmus existiert. Das muss keine endliche Sprache sein. Es könnte sein, es gibt jede Länge von 7 in diesem Fall, aber es wäre trotzdem in jedem Fall eine sehr einfache Sprache, die auf jeden Fall auch in Logspace erkennbar wäre. Okay, gut. Das war alles, was ich noch schnell zu Effizienz nachtragen wollte. Im nächsten Video wird es dann weitergehen mit NP. Und das wird uns einige Zeit lang beschäftigen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Das war alles, dass ich noch uh Brasil in patete ewig. Vielen Dank.